GameTesticle. Gaming is our passion. So, und wir müssen hier diese Römer besiegen. Und da müssen wir extrem gut auch immer ausweichen. Weil sonst haben wir hier keine Chance gegen die. Oh Gott, jetzt bin ich schon so konzentriert hier zu Beginn. So, wunderbar. Der erste ist weg. Und das ohne, dass wir auch nur ein einziges Fitzelchen an Leben verloren haben. Ja, jetzt kam aber was. Das Problem ist, dass jetzt natürlich direkt hier erstmal vier Leute auf uns rauf gehen. Und... So, klasse. Nächster. Hier, Gesundheitszuwachs. Das ist natürlich gut für uns. Jetzt sind es nämlich nur drei. Gestern haben wir da Schwierigkeiten mitgehabt. Warum auch immer. So, eigentlich ist es nicht so wild. Hier geht das heute eigentlich gut von der Hand. Bisher zumindest. So, und jetzt kommt zu einem der Letzten hier. Vielmehr kann der hier nicht mehr vertragen. Und das ist auch das, was sich hier abzeichnet. Sehr schön. Ja, ja, sieht man auch. Klar, jetzt ist er erledigt. Jetzt haben wir nur noch zwei von diesen Römern hier. Boah, und der eine hat keinen Arm mehr. Schade. Jetzt haben wir noch einen von uns. Das klappt hier direkt auf Anhieb schon sehr viel besser. Als am ganzen gestrigen Tag hier. Sehr schön. Ja, morgens ist man frisch so ein bisschen. Und da geht das auch besser von der Hand natürlich. So. Und erledigt ist er. Todes Schuss. Oh, erledigt. Was sollen wir jetzt erreichen hier? Erreiche die Villa deiner Familie. Ja, da waren wir ja gestern schon auf dem Weg. Müssen wir hier wahrscheinlich wieder zurück. Gehe ich zumindest mal von aus. Vielleicht ist hier links in die Richtung. Nee, da sind wir falsch. Da sind wir falsch. Wo müssen wir lang? Komm schon, Marius. Zeige uns den Weg auf. Können wir hier irgendwo hoch? Jawohl. Hier kommen wir hoch. So, jetzt kommen wir hier natürlich auch durch. Da findet sich der Weg dann doch. War das Winnie-Pooh? Er sah so ein bisschen aus wie Winnie-Pooh hier. Naja, war es natürlich nicht. Oh, oh. Kein Bock, dass die uns sehen. Ich glaube, die sind nicht so gut auf uns zu sprechen. Oh, Sperre haben wir jetzt. Gehen wir mal hier lang. Ja, das sind wieder vier auf einem Haufen. Aber damit werden wir hoffentlich fertig. Vier Leute. Das haben wir gerade eben auch schon geschafft. Und ich glaube. Jawohl, es sind nämlich gleich nur noch drei. Jetzt haben wir nämlich schon den ersten hier. Von diesen abscheulichen Typen. Auch erledigt. Und jetzt muss man mal zusehen, dass wir schnell die Gruppe noch mal weiter dezimieren. Damit wir hier... Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Bam. Erledigt. So, Gesundheitszuwachs. Ja, wenn die durchziehen, dann ziehen sie durch. So ist das. Oh, und jetzt. Oh, das ist so bitter. Das ist echt. Das ist wirklich bitter. Bitterer Tod. Und jetzt, komm. Todesstoß. Jawohl. Und da ist der Arm ab. Sicher. Da ist der Arm ab. Jetzt haben wir das erledigt. Jetzt können wir hier weitergehen. Wo geht's entlang? Wo geht's hier entlang? Ah, hier Leiter hoch. Okay. Die Leiter haben wir gesehen. Gehen wir hoch. Komm schon, Marius. Mit den letzten Kräften zieht er sich da die Leiter hoch. Oh, cool. Jetzt dürfen wir bestimmt hier Armbruchsschießen machen. Nee, Skorpion. Wie nennen wir das Ding? Gar keine automatische Zielhilfe mehr. Ach doch. So, wunderbar. Da oben stehen welche. Sehr schön, dass es klappt. Das war's doch noch nicht, oder? Nee, das war's noch nicht. Hab ich mir schon fast gedacht. Dass es das noch nicht gewesen ist. Das hab ich mir fast gedacht. Aber jetzt? Sieht sie doch ziemlich ruhig aus, um ehrlich zu sein. So, können wir weiterziehen? Ich glaube. Oder? Oder? Wir überprüfen das Ganze lieber nochmal. Aber sieht mir hier schon danach aus. Als wäre das hier alles in Ordnung. So, wo geht's hier weiter? Jetzt können wir nämlich hier runtergehen. Sehr schön. Speere haben wir genug. Haben wir die alle schon erledigt auf unserem Weg zur Villa? Damit wir hier nicht allzu viel kämpfen müssen. Können wir hier durch diesen Sumpf durchgehen? Na sicher. Das macht Marius auch überhaupt nichts aus. Kann der ab? So, jetzt haben wir natürlich hier... Das war klar, dass hier nochmal jemand kommen musste. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Wenn wir hier... Direkt... Und ohne große... Probleme gewinnen würden. Und weiterkommen würden. Aber gegen zwei ist es am Ende des Tages dann doch nicht so schwer. Da hält sich das noch in Grenzen. Oh, jetzt holt er aber hier einen raus. Oh, jetzt kommt er los. So. Und da ist er. Der Finisher. Immer noch nicht. Ach, jetzt kommen wir noch mehr. Kann ja wohl nicht angehen. Drei auf einen Schlag wieder. Und jetzt... Ja, komm. Komm schon. Du kannst dich nicht wehren. Ja, kann er auch nicht. Er ist erledigt. Und jetzt hier... Vielleicht der Letzte. Auf den Weg hin. Zu unserer Villa. Zur Hauseigenen. Zur familieneigenen Villa. So, jetzt haben wir es. Speicherpunkt. Ende der Kombo. Haben wir alles geschafft. Und jetzt können wir hier auch durch. Schöner Park. By the way. So, hier ist blau. Hier können wir wahrscheinlich hoch. Oh, das ist schön. Also grafikmäßig ist das doch ein Traum. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Alter, was machen die da? Sind das Barbaren, ey. Abartige Menschen. Das sind wirklich abartige Menschen. So, jetzt gehen wir hier mal durch. Und sehen, was uns hier erwartet. Hier stehen noch Römer rum. Das sind echt so... So abartige Menschen, wenn man sich das hier alles anguckt. Das ist echt nicht feierlich. Nein. Nur hier lang, glaube ich, ja. Nicht, dass wir uns hier noch verlaufen. So, da sind wir. Da sind wir angekommen. Am Ort, an dem gewissermaßen alles begann. Am Ort, an dem gewissermaßen alles. So, da sind wir uns hier. Am Ort, an dem gewissermaßen alles. Am Ort, an dem gewissermaßen alles. So, da sind wir hier. Ich bin jetzt hier also. Du Arten, noch bin�. Wie du siehst, Marius, erwarten uns unsere größten Feinde nicht immer in fernen Landen. Wer bist du? Warum ist das geschehen? Mein Vater war ein Held Roms. Dein Vater war ein großer General und ein beliebter Senator. Zu beliebt vielleicht. Der Kaiser ist ein neidischer Mann. Ein kleinlicher Mann. Mein Vater lebte, um Rom zu dienen. Kaiser Nero dient nur sich selbst. Er trachtet nach Macht um ihrer Selbstwillen. Er hält sich für einen Gott. Ein kalter Wind aus dem Norden hat dem Kaiser giftige Worte eingeflüstert. Dein Vater und andere Männer wie er wollten Rom an das Volk zurückgeben. Die Beute seiner Gier wurde unter seinen Söhnen aufgeteilt. Basilius und Kommodus. Er überhäufte sie mit Macht und Verantwortung, derer sie nicht würdig waren. Rom lässt seine Kinder im Stich, Marius. Du bist ein wichtiger Stein im Spiel der Menschheit. Und musst, wie wir alle, deine Rolle spielen. Damokles. Das Schicksal des Reichs liegt in deinen Händen. Rette Rom. Rette Rom vor ihnen. Rette Rom. Rette Rom. Rette Rom. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nur die geschicktesten Kämpfer dürfen am Turnier teilnehmen Schauen wir mal, ob du so gut kämpfst, wie du aufgemacht bist So, jetzt müssen wir hier kämpfen gegen Drei andere Ja, die kriegen wir wohl hin Vor allem haben wir ein Schild und die nicht, also insofern Ja, komm, vergiftete Klingen So Das ist schon mal erledigt Einer dieser, naja, Gegner würde ich es gar nicht nennen So Er ist erledigt Unbarmherzig Haben wir dazu geschlagen Das wäre noch immer mehr hier Das wäre noch immer mehr So Da setzen wir das Finish an Da setzen wir das Finish an Jetzt sind noch zwei über Und nur noch einer Und auch der ist In diesem Moment Erledigt Das ist unerwartet Ich glaube, mein Bruder Commodus hat einen Herausforderer Bravo Das wird ja immer besser Sehr sicher Richte ihn hin Den Helden Justinius Sollen wir hinrichten Das kriegen wir hoffentlich hin Aber dazu machen wir erstmal hier Die Begleiterscheinung des netten Herrn Wollen wir dafür erstmal erledigen Jetzt sind wir hier tatsächlich Da angelangt Dass wir hier richtige Gladiatorenkämpfe machen Und der wehrt sich hier sogar Jetzt ist er aber erledigt Was? Was konnten wir nicht hinrichten? Hä? Muss ich das nicht verstehen? Wir haben doch gerade getötet Oder was sollten wir machen? Ah, jetzt müssen wir die alle nochmal machen Na, nice Das ist ja Das hätten sie auch immer besser machen können Das hätten sie besser lösen können Oh, bitter Du kriegst gleich mal ein anderes Spektakel Das sag ich dir, mein Freund da oben So, das ist ja hiermit kein Problem Mit diesen Hinrichtungen Wie sie es nennen Erlange durch Hinrichtungen Die Gunst des Publikums So, wunderbar Und auch er ist hier Ja, sein letzter Stimtlein Hat leider auch geschlagen So Jetzt haben wir noch den Freund hier Hier ist ich ja Richte den Helden von Batavia hin Aber haben wir das nicht gerade gemacht? Wollen wir gleich mal sehen Was da jetzt Ach, wir müssten ihn wahrscheinlich mit Mit dem Finish Erledigen Ich glaube, was anderes Verstehen wir uns in der Hinrichtung nicht So, und jetzt Könnten wir Kümmern wir uns nochmal Um den Freund hier Ja, komm schon So, haben wir Da ist er Jetzt haben wir ihn hingerichtet Jawohl Haben wir geschafft Sehr schön Für die nächste Vorstellung Begrüßen wir Zwei Strenger Robulus und Remus Die katharischen Todschläger Machen wir es dir Bitter Also ganz ehrlich Die sind Das ist ein harte Brocken Das sind jetzt harte Brocken Gegen die wir hier kämpfen müssen Wir können ja auch Keinen Fokus anwenden Oder noch nicht Ah, das ist Die sind nicht einfach Zu besiegen hier Dann können wir nur hier Mit dem Schild Ordentlich Gegenarbeiten So, sehr schön Den ersten haben wir Wunderbar Und den zweiten Ja, gegen einen zu kämpfen Ist immer nicht das Problem Nur gegen zwei Gegen zwei ist immer hart So, jetzt wünschen wir uns Aber Leben Vom nächsten So Wunderbar Der ist auch hingerichtet Na sicher Jawohl Triff dich mit Basilius Wunderbar Das kriegen wir hin Jetzt fährt dir das ganze Ding Erstmal runter Die Gladiatoren Arena Hier ist eine Bestätigung Jawohl Du hast das Töten Zu einer Kunst gemacht Ich hingegen Pflege andere Ausdrucksformen Hier Einige meiner neuesten Werke Ich bin gerade fertig Mit dem letzten Feindschliff Ein Geschenk an meinen Vater Den Kaiser Ein äußerst großartiges Wert Wie ich zugeben muss Mit einer versteckten Überraschung Einem kleinen Hohlraum In seinem Kopf Der Tränen aus feinstem Weißwein Als Symbol der Liebe Zum Reich Vergießt Obwohl es wahrscheinlich Alles mögliche Vergießen könnte Alles? Blut So viel Blut Graue Bergelasten Auf dem Senat Die Straßen Die Straßen Roms Werden rot sein Rot vom Blut Ich sah dich in meinen Träumen Schneid mich los Wenn du deine Zukunft Erfahren willst Gefallener Held Roms Geist der Vergeltung Damocles 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 wird vom großen General Marius gerichtet Dieser General wiederum von Damocles Kaiser Nero Er stirbt nur durch sein eigenes Schwert Du kannst ihn nicht töten Geist der Vergeltung Allein Schönen Dämon Geist der Vergeltung Der Vergeltung Die Straßen Kommodus war der Nächste. So, begib dich in die Arena. So, wunderbar, haben wir mal aussprechen lassen. Ich sage jetzt natürlich, dass es hier erst mal vorbei ist, die ganze Geschichte, also zumindest für heute. Der Part ist damit beendet, eine halbe Stunde ist, denke ich, genug. Ja, wir befinden uns aber jetzt hier gerade und das merkt man, wir haben jetzt ein bisschen Vergeltung schon ausüben können, möchte ich mal sagen und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht mit der Story. Ich weiß nicht, wie das euch geht, aber ich denke, es gefällt euch auch ganz gut. Ja, über einen Daumen nach oben würde ich mich natürlich sehr freuen und ansonsten sehen wir uns von morgen im nächsten Part wieder. Bis dahin, euer Raphael von GameTastic, la re. GameKeys, GameCards, Gold und Credits, MMOGA, dein Gaming Spezialist mit Kampfpreisen.